Im Parcours kann man sehr viele Sachen, die Ninja, Warrior, Show ähnlich sind, ausprobieren. Wir haben sehr viele verschiedene Bewegungsarten, seitlich abspringen, seitlich catchen, normal abspringen, immer drüber balancieren, die Himmelsseite natürlich, die Warp Wall. Sehr gut. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Stark. Jawohl, genau das. Jawohl, sehr gut. Ja, komm, 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 beißt. Komm, hoch. Ja, sehr stark. Ja, genau, genau. Ja. Ja, sehr schöne Sprung. Jetzt richtig raussmeißen. Come on. Raussmeißen. Der Parcours hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ja eigentlich keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe das noch nie gemacht, aber Jonas hat das sehr gut erklärt und ich hatte sehr viel Spaß hier heute. Ich habe nicht erwartet, dass ich doch so viel davon hingekriegt habe, weil ich auch gar nicht so richtig Klimmzügel kann. Und ich dachte, man muss sich eigentlich nur aus den Armen irgendwie halten und hoch stemmen, aber so war das gar nicht. Come on. Go, 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 go. Ja, easy. Jawohl.